Ich glaube, wenn wir jetzt mal so in den Pfeitschein reingucken, dann wären wir mit einer Miniballvergessung. Das hat auch ziemlich an, in Anspruch genommen, Miniball, so in die Pfeitschein generell, so gut nach der Pfeitschein oder so, dass die Pfeitschein oder so gut definierlich sind. Die Miniball sind die Bahnen aber auch sehr großartig. Also ich glaube, bei uns sind die Kleiner, bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht, wenn wir später aussehen. Ja, gut, wir spielen halt mit sieben Schlägen. Wir werden nach den Züpfen nicht drücken, die hat direkt. Wir spielen mit sechs Schlägen, wir haben sechs nicht drücken. Ah, genau. So, ich spiele das also, jeder schlägt gleich sechs durch. Ja, ich kenne es ja normalerweise auch, dass man gleich, äh, Rudolf, die unterschiedliche Spieler, sie haben es jetzt auch schon auf das Zurückseite. Ja. Ja. Jetzt kannst du den Aufblick noch von oben genießen. Dieser, die Tonja, die Reise nicht. Dahin, die Wange vorhin. Yes. Ja, gut, was wir jetzt schauen, das Wetter wäre ich da. Ja. Ja, das ist schön. Wir haben gestern schon ein gutes Wetter gemeldet gehabt und haben gesagt, naja, gutes Wetter für einen Breitschein ist dann. Kann man gut runter gucken. Entschuldigung. Was ist denn, wie wir es noch mal auf? Und dann nicht so, wie wir es noch machen haben. Wie wir Aye, zwei, drei, drei, zwei oder drei, 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 drei und drei. Das ist so, wie wir es noch haben. Ja, einfach nur, wo wir es noch machen. Das ist ja auch gleich schön. 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 Jetzt ist es länger nicht mit der Lisa ausgehalten. Noch eine dritte Woche ist es schon anstrengend mit unserer Familie. Ich glaube, meiner ist auch immer froh, wenn der Urlaub zu Ende ist. Oder das Wochenende schon. Dann fährt endlich ein Tier halt. Hier wohnt ja schon zusammen. Weil mich kann er hier heimschicken und fährt endlich nach Hause, nervst mich. Ja, das ist ja so. 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 Zwei Mal. Das ist der Kommissarex. Felsnus? Ja. Felsnus. Ich gucke. Gerne. Ich schaue. Wie heißt Muretti? Hey. Was für unsere Necken? Das ist 1 Gold. Das habe ich für mich gar nicht. Das sieht aus. Das ist 1. Das ist 1.